Hallo und herzlich willkommen zur Online-PK des 1. FC Bochol vor dem Regionalliga-Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Neben den zugeschalteten Zuschauern bei YouTube darf ich ganz besonders die Medienvertreter und unseren Cheftrainer Dietmar Hirsch begrüßen. Moin Dietmar. Hallo zusammen. Dietmar, vergangenes Wochenende der vierte Heimsieg im vierten Heimspiel. Wie zufrieden warst du mit der Leistung deiner Mannschaft und inwieweit macht dich diese Leistung optimistisch für das Auswärtsspiel am Samstag? Ja, ich habe mir das Spiel natürlich nochmal angeguckt Anfang der Woche, aufgearbeitet. Wir haben den Jungs ein paar Szenen gezeigt und wenn man sich das Spiel nochmal anguckt, muss man sagen, dass wir glaube ich verdient gewonnen haben. Wir hatten mehr Chancen als der Gegner, haben besser Fußball gespielt, haben die Standardsituation gut verteidigt, haben wie gesagt wenig selber zugelassen. Dementsprechend waren wir mit dem Ergebnis zufrieden, aber eigentlich auch mit dem Auftreten. Wir haben auch wieder bessere Ballsituationen gehabt, bessere Ballbesitzphasen, was in den letzten Wochen noch nicht so ganz so richtig geklappt hat, nicht so gut war. Und darauf wollen wir aufbauen und freuen uns jetzt natürlich auf Oberhausen. Das Spiel am Samstag im Stadion Niederrhein ist schon eine Art Spitzenspiel. Rot-Weiß Oberhausen hat ja auch einen guten Saisonstart hingelegt. Zuletzt gab es ein 0 zu 0 gegen Rot-Weiß Ahlen. Wie schätzt du die Oberhausener Mannschaft ein? Ich glaube schon, wenn man sich den Kader anguckt, wenn man sich das ganze Umfeld anguckt, das Stadion, die Fanbase, dann gehört Rot-Weiß Oberhausen sicher zu den Top-3, Top-4 Mannschaften diese Saison. Haben sich sehr gut verstärkt. Ich möchte nur Moritz Stoppelkamp nennen, der aus der dritten Liga kommt, der eine tragende Rolle beim MSV letztes Jahr inne hatte. Und ja, hat ja auch schon das ein oder andere Tor erzielt. Also Oberhausen ist aber grundsätzlich eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Hat ja sehr viele Spieler, die sehr viel Regionalliga, aber auch höher schon gespielt haben. Und das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Wir müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen, auf den Platz, aber natürlich auch von den Rängen. Weil ich habe es ja eben gesagt, Oberhausen hat immer sehr, sehr viele Fans. Aber das sollte uns eigentlich beflügeln. Aber wie gesagt, es wird ein sehr, sehr harter Gegner. Und wir müssen alle an die 100 Prozent gehen, um eine Möglichkeit zu haben, das Spiel zu gewinnen. Deine Mannschaft hat gestern den Sprung ins Achtelfinale des Niederrhein-Pokals geschafft. 2 zu 0 beim SV Sonsberg gewonnen. Wie sieht es in personeller Hinsicht für die Partie am Samstag aus? Jano Janssen hat gestern seinen Kampf weggegeben. Gibt es Spieler, die in Anbetracht der Pokalpartie angeschlagen sind? Oder gibt es Spieler, die noch zusätzlich in den Kater zurückkehren? Naja, also eigentlich hat sich nicht viel verändert. Noah Salau und Flo Meyer waren ja gestern noch nicht im Kader. Wird wahrscheinlich für das Oberhausenspiel auch etwas zu früh sein. Die haben diese richtige, also das richtige Training, also 100 Prozent des Trainings, haben sie erst Anfang dieser Woche absolvieren können vor dem Pokalspiel. Haben auch dann Zweikämpfe gehabt in der Spielform. Aber ja, ich glaube, das dauert dann halt ein, zwei Wochen, bis dann auch so richtig dann dieser Trainingsrhythmus wieder da ist und sie dann auch für den Kader in Frage kommen. Stand jetzt hat sich beim Pokalspiel auch keiner verletzt, sodass eigentlich alle einsatzfähig sind, außer Brian Kampmann weiterhin. Da gehen wir noch von zwei Wochen aus und hoffen, dass er dann auch wieder einsatzfähig ist. Danke dir, Dietmar. Das waren soweit meine Fragen an unseren Cheftrainer. Gibt es von den Pressekollegen in Person von Matthias Grütter Fragen? Ja, hallo, in die Runde erstmal. Guten Tag. Personalien ist immer so ein wichtiges Thema, klar. Die Ausfälle sind klar, aber du hattest ziemlich rotiert vom Pokalfinale. Ich denke, du rotierst zurück oder wie sieht es aus? Lässt du uns teilhaben, wie der Kader oder die Mannschaft aussehen könnte? Kader ist klar, aber wie die Stadelf aussehen könnte? Wir haben uns Anfang der Woche natürlich schon ein bisschen mit Oberhausen beschäftigt, aber wir haben auch Sonnzbeck sehr ernst genommen, weil der Pokal für uns ein wichtiger Wettbewerb ist und haben uns wirklich bis einschließlich gestern Abend auf Sonnzbeck konzentriert. Und ich glaube, das war auch wichtig. Es war ein knappes Spiel, knappes Ergebnis. Und heute und morgen werden wir natürlich die Vorbereitung und die Analyse bezogen auf Oberhausen intensivieren. Und dann gucken wir mal erstmal, wie haben die Spieler, der eine oder andere, der ja am Wochenende gespielt hat, hat gestern auch gespielt. Ja, wir haben rotiert, aber haben ja schon einige gespielt, wie sie die Belastung sowohl letzten Samstag wie auch jetzt am gestrigen Mittwoch verkraftet haben und dann gucken wir mal. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, waren wir mit den Leistungen der Mannschaft am Samstag zufrieden. Klar, punktuelle Veränderungen kann es immer geben, aber ich glaube, wir haben jetzt so einen gewissen Rhythmus. Vor allem, wenn man Spiele gewinnt, dann schmeißen wir ja auch nicht alles über den Haufen, es sei denn beim Pokal kann man das mal so ein bisschen verteilen, die Kräfte. Aber ja, wir gucken mal, was jetzt in den nächsten zwei Tagen noch so passiert. Wir hoffen natürlich, dass erstmal alle gesund bleiben und dann hoffe ich und glaube, dass wir die richtigen Elf finden, die anfangen und dann auch gut einwechseln können. Okay, danke schön. Wenn es keine weiteren Nachfragen gibt, dann weise ich wie immer am Schluss darauf hin, dass die Partie Samstag im Stadion Niederrhein um 14 Uhr angepfiffen wird. Wir erwarten knapp 300 Zuschauer aus Bocholt, darunter drei Fanbusse. Und diejenigen, die nicht vor Ort sein können, können die Partie natürlich live bei den Kollegen von Sport total verfolgen. Und wir werden das Spiel natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen des 1. FC Bocholt featuren. Euch allen einen schönen Donnerstagabend und wir sehen und hören uns dann am Samstag. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.